Hallo, ich bin der Freude. Die Bauhausen kommt dann Presswasser aus der Kompostieranlage, wird da in mein Güllenloch eingefüllt und nachher von mir selber ausgebracht. Ich nehme da die Biogas-Gülle in mein Güllenloch, weil da die Hälfte ist fast nur Wasser drin vom Winter, Regenwasser von ganzem Platz plus Regenwasser von meinem Dach runter und Abwasser von diesem Haus läuft auch noch rein. Es gibt ziemlich viel Wasser.